Ich werde gerade gefragt, wer mehr dazu beiträgt in der Zucht, Hengst oder Stute. Da sage ich ganz klar, das ist die Stute. Der Hengst, was hat der damit zu tun? Der deckt die Stute, sieht aber das Fohlen doch im Leben gar nicht. Die ganzen Angewohnheiten und Charakteren, wie eine Stute sich benimmt, das übergibt die Stute an dem Fohlen, der Hengst nicht. Und wenn man das so viele Jahre verfolgt wie ich, dann weiß man, die Stuten, das ist immer der wirkliche Schatz eines Züchters. Wenn junge Leute anfangen, die sollen nicht vier mittelprächtige Stuten kaufen, die sollen vielleicht vom älteren Züchter, der genug Fohlen einer Stute hat und die bewiesen gut sind, der soll über sein Geld statt in vier mittelprächtigen Stuten in eine schon erfolgreiche Zuchtstute investieren. Die kann ruhig 15 Jahre alt sein. Da kann er ja noch herrlich vier tolle Fohlen rausziehen. Also immer die Stute trägt viel mehr dazu bei, gute Pferde zu bringen, als ein Hengst. Das sah man ja auch bei den Beduinen in der Araberzucht, den die auf ihren Raubzügen irgendwie eine Stute erbeutet hatten. Den Besitzer, der sagt, ich kriege die wieder. Das war dem so egal, wenn diese Stute auch mal zum Hengst, der nicht berühmt war, ging. Der wusste, was seine Stute bringt. Und so kann ich jedem nur empfehlen, gute Stuten, wenn ihr züchten wollt.